Yo Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute werde ich dir erklären, wie man eine Map und ein Texture Pack für die Version 1.14.4 entzielen kann. Das Ganze kannst du genauso auch für jede andere Version machen. Und ich habe diese Map hier, das ist der erste Link in der Videobeschreibung, da kannst du draufklicken. Oder du hast schon eine Map für die Version 1.14.4 und du klickst dann hier auf Download Minecraft Map. Und sobald diese gedownload ist, kannst du auch den zweiten Link in der Videobeschreibung anklicken. Oder hast eben ein Texture Pack für die Version 1.14.4. Und ich nehme dieses Texture Pack und ich klicke hier einfach auf Download 1.14.4 und dann auf Continue. Und hier werde ich weitergeleitet. Und hier klicke ich dann auf Download und schon wird das Texture Pack auch gedownloadet. Sobald du beides hast, klickst du bei einem der beiden auf diesen kleinen Pfeil hier und dann auf Inordner anzeigen. Und dann kommst du zu deinem Downloads-Orden, der ist hier. Du kannst übrigens wieder deinen Browser schließen. Du machst nun auf der Map einen Rechtsklick und dann auf Alle extrahieren und dann extrahieren. Und sobald du diesen Ordner hier hast, überprüfst du, klickst du einfach mit einem Doppelklick drauf und dann prüfst, ob der diese Dateien hier enthält. Und diese hier enthält die Dateien, also klickst du mit einem Rechtsklick und dann auf Ausschneiden. So, jetzt drückst du die Windows-Taste und R und gibst einem Prozent-Update-Prozent. Prozent kannst du schreiben, indem du Shift drückst und die 5 und dann wird ein Prozent geschrieben. Und dann Prozent-Update-Prozent und dann drückst du OK oder drückst einfach Enter. Und hier ist dann der Punkt Minecraft-Ordner. Der ist entweder unten oder oben, je nachdem, wie du das sortiert hast. Und dann klickst du einfach mit einem Doppelklick da drauf und dann gehst du zu deinem Save-Is-Ordner hier. Und nun klickst du einen Rechtsklick und dann Einfügen. Und hier ist dann schon die Map. Du kannst es nochmal überprüfen mit einem Doppelklick und hier siehst du die Dateien. So, jetzt kommt ja natürlich noch das Texture-Pack. Du gehst nun wieder zu deinem Minecraft-Ordner, also zu deinem Punkt Minecraft-Ordner. Dann klickst du da einfach drauf und nun öffnest du den Resource-Pack-Ordner. So. Und du kannst das hier wieder schließen und zu deinen Downloads-Ordnern zurück. Und hier siehst du ja dein Texture-Pack, das du gedownloadet hast. Das wird auch Resource-Pack genannt. Und das siehst du einfach so hier rüber in den Resource-Pack-Ordner, in den Punkt Minecraft-Ordner. Und nun kannst du beide Ordner wieder schließen und einfach den Minecraft-Ordner starten. So, und hier siehst du, neu ist der Vollversion 1.14.4. Und dann klickst du einfach auf Spielen. Gehst du in den Single-Player und siehst du ja auch schon deine Map, die du installiert hast. Du kannst einfach draufklicken. Und nun drückst du Escape, gehst zu den Optionen und dann zu den Resource-Packs. Und hier siehst du das Texture-Pack, klickst du einfach auf diesen kleinen Pfeil hier. Und dann wird es rübergezogen. Und dann klickst du auf Done. Und kannst dann hier nochmal auf Done klicken. Und du siehst schon, das Texture-Pack funktioniert. Du siehst, die Texturen haben sich geändert. Und ich wünsche dir viel Spaß mit deiner Map, die du eben gerade installiert hast. Und mit deinem Texture-Pack. Falls du noch ein bisschen Erfahrung brauchst oder einfach dir nochmal ein Tutorial angucken willst, check einfach mal die nächsten beiden Links in der Videobeschreibung aus. Also der dritte und der vierte Link, denn die führen dich zu einer Playlist. Da habe ich nämlich ganz viele Maps installiert und ganz viele Texture-Packs. Da kannst du einfach nochmal gucken, ob du vielleicht irgendeinen Fehler gemacht hast. Oder sonst sollte das Ganze nicht geklappt haben. Ansonsten sage ich, hau da rein. Lerne immer was. Schauen die Umwelt. Ciao.